Ja, hallo meine Cookie Junkies und herzlich Willkommen zu einem neuen Testvideo. Ja, und zwar heute mit einer neuen Milka Neuheit. Ja, es gibt ein neues Milka Produkt und zwar die Milka Mini Cookies. Ja, finde ich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht so spannend, ja nicht so reizend. Wie gesagt, das sind kleine normale Cookies von Milka. Irgendwie jetzt nicht wirklich ganz was Neues, nichts Besonderes. Aber wie gesagt, neue Produkte muss man immer testen. Und wer weiß, vielleicht sind sie auch ganz geil. Und dazu zeige ich sie euch auch gleich mal in der Großaufnahme. Und so sehen sie aus, ja. Es sind kleine Cookies. Ihr könnt sehen, von der einen Seite sind sie mit einer Vollmilchschokolade überzogen. Und ja, da wollen wir doch jetzt gleich mal probieren. So, hier bin ich wieder und ich bin mal gespannt. Ja, sie riechen normal wie diese Milka Kekse. Also es riecht schon mal sehr intensiv nach Vollmilchschokolade. Ja, wie gesagt, hier von einer Seite mit Schokolade überzogen. Ja, und auch sehr, sehr trocken. Also, ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe nicht viel erwartet und es hat sich bestätigt. Es sind normale Cookies, ja. Es ist echt nichts Besonderes, außer dass sie klein sind im Mini-Format und in so einer Tüte. Ja, sie sind ideal zum Mitnehmen, für To-Go, zum Snacken. Und dadurch, dass sie so klein sind, ja, kann man sie bestimmt optimal irgendwie in so eine Müsli-Schüssel reinschütten. Und dann mit Milch trinken, äh, mit Milch essen, so als Müsli. Ja, das kann man bestimmt auch machen, denn weichen die Kekse vielleicht noch ein bisschen auf und sind nicht ganz so trocken. Dann hat das Ganze vielleicht noch ein bisschen einen besseren Geschmack. Wie gesagt, ich finde sie ein bisschen langweilig. Würde sie mir nicht nochmal kaufen. Ja, ich finde die Milka, äh, Sensations, ähm, dann schon viel, viel besser, ja. Die haben innen drin ja wenigstens diese cremige Füllung. Und wenn man diese Milka Sensations in Milch tunkt, das mache ich auch immer, werden sie nochmal richtig schön weich und, äh, nochmal eine Note besser. Das wird hier sicherlich auch so sein. Ihr könnt sie ja mal testen. Gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr sie so findet. Und, äh, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in meinem nächsten Video. Ach ja, auf einer Skala von 1 bis 10, das darf ich nie vergessen. Ähm, 5 Punkte, ja, durchschnittliche 5 Punkte, ähm, ist echt nicht wirklich der Knaller, Leute, ja. Man kann sie jetzt aber auch nicht zu schlecht bewerten. Wie gesagt, ist immerhin eine gute Idee, so Mini-Cookies. Ähm, ja, geschmacklich auch nicht schlecht, aber mehr als 5 Punkte kann ich jetzt nicht geben. 4 Punkte wäre, glaube ich, schon ein bisschen unfair. Wie gesagt, durchschnittliche 5 Punkte. Und, äh, schaut gerne in die Kommentare, wie gesagt, wie ihr es findet. Und dann bis bald! So, tschüssi! Dann gab es einen ganzen Punkt. So, ich mache jetzt jetzt hier, ich mache auf dieser Tipps an die Kommentare.